Hallo liebe Fans, von mir Dominik Thurner und wir wollen heute meinen kleinen Rock-Fan, den Leon und der Gitarrist Papa, Florian Thurner. Und wir spielen, ich mit der Tourne-Effekt und natürlich wieder mit meinem Papa, beim Seaside am 21. Mai. Und ja, es ist dieses Jahr 2021. Und wir wollen euch dort Rock'n'Roll vorstellen, was Rock'n'Roll ist. Und das stellen wir euch natürlich heute vor, damit ihr nicht vergisst, was Rock'n'Roll ist. Ich weiß, dass ihr Rock'n'Roll kennt. Aber ich weiß, dass ihr ein Mensch von mir seid. Und da bin ich zu der Rock'n'Roll bei dir. Und wir wollen heute natürlich mit meinem Schlagzeug ein total erfundenes Video vorstellen. Und leider sind heute niemand, weil, bitteschön, wer weiß, wie der Text ist. Man kann ja nicht mit dem Rock'n'Roll. Das ist ja kein Englisch, das ist ja irgendwas. Und das wollen wir euch heute zeigen, was Rock'n'Roll ist. Rock'n'Roll ist jetzt auf drei, zwei, eins, GO! Oh mein Gott, mein Gott! Wir brauchen ein Rock'n'Roll und wir hatten schon einen Film. Wir müssen viel schneller sein! Wir brauchen ein Rock'n'Roll! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Und ich wollte euch sagen, ich weiß es war ein bisschen kurz, aber dafür sage ich euch den Namen von unserer Kinderband. Weil ich wollte ja eine Kinderband veranstalten. Habt ihr es beim letzten Video gesehen? Schreibt bei diesem Video einen Daumen nach oben. Klickt! Und klickt auf die Glocke! Und dann hört ihr das Klingeling von der Glocke. Und der Name ist Tschüss! Und wir wollten sagen, dass der Fan runter will und ich mache jetzt los. Tschüss! Okay, Tschüss! Schau mal, Leon. Viele Grüße! Lach mal noch mal in die Kamera, lach in die Kamera, lach in die Kamera! Tschüss! Die kommt, hey, wutscht viele Grüße von Thunand. Komm!